Musik Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ja, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Winzer Talk. Ich war jetzt seit gut einer Woche an der Mosel und an der Saar unterwegs und habe jetzt viele kleinere Weingüter besucht, auch einige Geheimtipps. Und ich hoffe natürlich, dass ihr für euch da jetzt auch einige Geheimtipps entdecken konntet, vielleicht Weingüter, die ihr noch nicht kanntet. Unter anderem waren auch Spätburgunder dabei an der Mosel, extrem interessant, gerade die südliche Mosel mit dem Muschelkalk. Also für mich ist da jetzt gerade an der Mosel auch nochmal wirklich eine Welt aufgegangen, wo ich gar nicht gedacht habe, dass die Mosel wirklich so vielfältig und vielseitig ist, so facettenreich. Wie der Riesling selbst, wunderschön. Und ja, jetzt heute bin ich an keinem kleinen Weingut, sondern an einem richtig bekannten Traditionsweingut, das bestimmt jeder von euch kennt. Ich bin heute beim Weingut Forstmeister Gels Zilligen und gegenüber von mir sitzt die liebe Dorothee. Hi. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank. Es freut mich wahnsinnig, dass es noch so kurzfristig geklappt hat. Dankeschön. Das ehrt mich ja total, dass du dir die Zeit nimmst und das an so viele Gäste verteilen willst. Sehr, sehr gerne. Ja, Dorothee, bevor wir gleich anfangen, vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Ja, also mein Name ist Dorothee Zilligen. Ich bin 38 Jahre alt, bin die elfte Generation unseres VDP-Weingutes. Also schon gibt es uns ein bisschen länger. Also seit 1742 betreibt meine Familie Weinbau an der Saar. Und zusammen mache ich das mit einem tollen Team, aber auch eben mit meinen Eltern und mit meinem Mann. Und da bin ich natürlich sehr froh, dass die mir alle so zur Seite stehen und so tatkräftig mithelfen. Wir haben mittlerweile 13,8 Hektar, alles an der Saar lokalisiert. Das meiste eher so zwischen 30 und 60 Prozent Steigung. Also schon sehr viel Arbeit, aber wir hoffen, dass man das geschmacklich dann auch merkt und sich lohnt. Ja, 1742 ist das Ganze hier losgegangen. Ihr seid wahnsinnig erfolgreich. Aber wie bei jedem Weingut ging es irgendwann mal los. Irgendwann war der Startschuss. Vielleicht willst du uns mal kurz mit auf die Reise nehmen, wie das Ganze hier entstanden ist. Um die früheren historischen Begebenheiten auszuloten, da wäre mein Vater bestimmt der bessere Ansprechpartner. Ich weiß das immer viel besser so ab 1908 drum. Denn da ist ja auch was ganz Wichtiges passiert. Da wurde der VDP Mosel gegründet, wonach ja erst zwei Jahre später dann der VDP Bundesverband gegründet wurde. Und einer der Gründungsmitglieder 1908 war eben mein Ururgroßvater, der Ferdinand Gels. Der war beim preußischen König angestellt als Forstmeister und hat sich aber eben auch sehr verdient hier um den Weinbau an der Saar gemacht oder an Mosel-Sarruwe. Und da sind wir natürlich sehr froh und haben ihm auch viel zu verdanken. Und dann haben wir gedacht, dann behalten wir eben auch sowohl seinen Namen als auch seinen Familienwappen mit bei uns auf dem Etikett. Deshalb haben wir ja doch durchaus noch ein etwas vielleicht dem einen oder anderen als altmodisch erscheinendes Etikett. Aber auf der anderen Seite, das ist nun mal meine Familie und warum dürfte ich das dann nicht zeigen sollen? Insofern möchte ich da schon meinem Stil oder der Familie auch treu bleiben. Vor allem finde ich, die Etiketten sind immer so ein richtiger Blickfang. Ja, also der Wiedererkennungswert ist schon gegeben, das stimmt. Also ich werde schon oft angesprochen, sowohl von jüngeren als auch von älteren Gästen, ob ich das nicht mal ändern will. Das sieht ja schon sehr altmodisch und angestaubt aus. Aber ich habe mindestens genauso viele Gäste, die dann halt von sich aus, also ohne dass ich sie frage, sagen, oh nee, das sieht so toll aus, das musst du lassen, das weiß doch jeder, dass das ein Traditionshaus ist und lass das bloß so. Meine Mutter, als ich den Betrieb vor drei Jahren übernommen habe, hat meine Mutter auch direkt gesagt, also die denkt immer total mit und ist auch immer total Feuer und Flamme für neue Projekte. Und dann hat die gesagt, oh, das ist ja super, wenn du jetzt den Betrieb übernimmst, dann kannst du ja endlich mal neue Etiketten machen. Aber ich will das gar nicht, weil warum sollte ich diesen Teil meiner Familie aufgeben, nur damit es ein bisschen schicker ausschaut oder moderner. Und natürlich, ich kenne auch eine Weinhandlung, die hat unsere Weine nicht gelistet aufgrund der altmodischen Etiketten. Echt jetzt? Ja. Ich habe zwar immer gedacht, der Weingeschmack steht im Vordergrund, aber gut, ist in Ordnung. Es gibt ja Gott sei Dank noch genügend andere Weinhandlungen, die trotz oder vielleicht sogar wegen des Etikettes und des Geschmackes unsere Weine dann doch im Programm haben. Also insofern kann ich das mit dieser einen Weinhandlung verkraften. Alles, was ich anfasse oder anfange, muss halt so sein, dass es mir passt, dass ich dahinter stehen kann. Und nur weil jetzt ganz viele Leute oder eben nur manche verlangen, dass ich neue Etiketten machen soll, ich muss davon überzeugt sein. Und vielleicht bin ich das in einem halben Jahr, dann mache ich es. Aber im Moment fühle ich mich noch sehr wohl in dieser Transitionslinie. Ich finde es auch klasse, es ist ja auch euer Branding, euer Wiedererkennungswert und das ist in den Köpfen drin und das ist auch gut so. Ja und auch mit dieser ein Drittel, zwei Drittel Teilung, das ist ganz klassisch, auch Mosel Saruva. Also das hat man ja früher bei vielen Etiketten erlebt und insofern, ja, im Moment will ich schon noch dabei sein. Es ist auch sehr harmonisch, dieses ein Drittel, zwei Drittel. Also wenn man gerade an die Fotobearbeitung denkt, wo ja auch quasi mit dem goldenen Schnitt und Drittelteilung. Ja, das stimmt, genau. Und dadurch, weil man ja auch nur diesen Zweidrittelteil sozusagen braucht für das Erste, dann das ist ja das auch, was man hauptsächlich auf der Flasche sieht, insofern passt es wieder. Aber das ist also dieses, also es ist ja kein Konflikt zwischen Tradition und Moderne, aber man wird doch immer wieder mit konfrontiert, nennen wir es so. Also ist ja auch gut so und ich finde es ja auch sehr nett, wenn die Gäste uns darauf aufmerksam machen. Aber wie gesagt, es gibt ja auch noch genügend, die das auch noch schön finden, insofern passt das noch. Ja und weil wir ja eben über Tradition gesprochen haben, also der Ferdinand Gels war ganz wichtig und dann fragen sich viele Leute immer wieder, wie dann dieser Name Zilliken in unsere Familie kam. Und das war so, dass schon oft die Frauen in unserer Familie eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich hoffe in jeder Familie. Und dann war es halt so, dass meine Mutter, meine Oma wurde von dem Herrn Zilliken geheiratet. Der kommt aus Cochem, also auch einem klassischen Mosel-Weinguts-Ort, hat aber selbst eine landwirtschaftliche Ausbildung genossen und hat dann eben in diese Familie mit dem Weingut eingeheiratet. Und seitdem, also erst seit meinem Großvater, heißt die ganze Familie Zilliken. Und Gott sei Dank hat dann mein Mann auch diesen Namen fortgeführt und angenommen, sodass ich mich da jetzt nicht entscheiden musste und dass wir heute alle einfach nur noch Zilliken heißen. Und es gibt eben nur ein VDP-Weingut, Zilliken an der Saar. Aber es gibt andere Zilliken quasi, die nicht im VDP sind. Ja, genau. Mein Cousin zum Beispiel, der hat an der Obermusel ein Weingut und die machen ja auch sehr gute Weine. Das ist dann hauptsächlich Elbling, auch ein bisschen Weißburgunder, Grauburgunder, Rotwein auch. Aber weil, damit das halt nicht verwechselt wird, also Zilliken und Saar gibt es nur einmal. Genau. Vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück in die Zeitgeschichte. Ich will nochmal kurz bei 1908 einhaken. Das ist gerade für mich auch nochmal sehr interessant gewesen. Der VDP hat quasi nicht nur seine Ursprünge quasi an der Mosel gehabt, sondern auch direkt in deiner Familie. Aber ich glaube, die Struktur vom VDP, die war wahrscheinlich nicht so ausgeklügend und ausgereift, so wie wir es heute haben. Weißt du noch, was so der initiale Grundgedanke war? Also früher wurden ja die Weine hauptsächlich versteigert. Und nicht wie heute, wie man das heute kennt, in Flaschen, sondern eben in Fässern. Und dann ja auch nach wie vor trotzdem auch exportiert, auch wie das heute teilweise noch der Fall ist. Aber aus dieser Vereinigung der Trierer Weingutsbesitzer hat sich dann eben letztendlich dieser Verband der deutschen Prädikatsweingüter zusammengeschlossen. Der hieß dann zwischendurch oder anfangs noch anders, aber das macht es immer so kompliziert. Deshalb nenne ich das dann auch einfach immer nur VDP Mosel. Und also zwischendurch hieß es noch ganz anders. Und dann hieß es Großer Ring und so heißt es ja auch nach wie vor noch. Alle anderen VDP-Regionen heißen ja zum Beispiel VDP Pfalz, VDP Rheinhessen. Und wir heißen aber eigentlich Großer Ring Mosel-Saruwa e.V. Genau. Und damit es halt jedem einfacher gemacht wird, ist es auch total in Ordnung, wenn wir VDP Mosel genannt werden. Aber weil wir ja unsere Tradition auch nicht ganz vernachlässigen wollen, findet man zum Beispiel auf der Homepage, wird das dann trotzdem noch umgeleitet auf GroßerRing.de. Okay. Ja, jetzt haben wir da Nomenklatur. Ich glaube, früher stand ja auf den Etiketten auch immer Mosel-Saruwa drauf. Und jetzt, verbessere mich, wenn es falsch ist, steht nur noch Mosel drauf, um quasi das auch international besser branden zu können, oder? Ja, also da muss ich dir leider zustimmen. Das stimmt schon. Ich fand es am Anfang schon sehr schade, dass wir sozusagen unsere Namensteile mit der Saar aufgeben mussten und dass es jetzt nur noch Mosel heißt. Aber andererseits, wenn ich ehrlich bin, wenn ich früher während dem Weinbarstudium meinen Kommilitonen erklärt habe, wo ich herkomme, hat mich eh jeder gesagt, ah, das ist ja dann bestimmt an der Mosel. Oder jeder hat gesagt, ah, im Saarland. Und beides stimmt halt nicht. Es ist Saar, aber nicht im Saarland. Und wenn ich heute bei einer Weinprobe meine Weine erkläre, sage ich auch noch ganz oft Mosel-Saruwa. Nicht, weil ich ignorant bin, das hoffe ich ja nicht, sondern weil ich eben geschmacklich bewusst noch auf die Unterschiede hinweisen möchte. Denn ein Moselwein schmeckt ja oft ein bisschen anders wie ein Ruwa-Wein oder wie ein Saarwein. Ich liebe alle drei und ich trinke auch ganz viel von der Mosel und ganz viel von der Ruwa und natürlich auch von der Saar. Aber ich finde es, also jeder hat seine Eigenständigkeit und trotzdem sehe ich uns natürlich als absolute Gemeinschaft. Also vom Soziologischen her sind wir absolut eine Gemeinschaft und kämpfen alle für das Gleiche. Und wir sind eine Gemeinschaft mit ganz vielen individuellen Charakterköpfen und das macht es ja auch so spannend. Genau. Ja, es gibt viele Winzer hier, die ja gerade so eine große Strahlkraft haben. Wir haben uns ja erst vor kurzem auch getroffen bei der Eröffnungsfeier vom Roman Niewortnitschanski von Wolksem. Wie ist denn so der Umgang mit diesen Top-Winzern hier an der Saar und an der Mosel? Also das Fest beim Roman war natürlich exzeptionell berauschend und aufregend und ganz großartig. Also besser kann man eine so große Feier nicht gestalten. Ich habe es eben schon angedeutet, also man hat auch nichts anderes erwartet vom Roman, aber es war perfektestens organisiert und alle haben an einem Strang gezogen und man musste nie lange warten. Also es hat er grandios gemacht. Er hat aber eben auch gezeigt, dass es nicht nur ihn gibt, sondern dass die Saar schon auch eine Gemeinschaft ist. Er hat ja auch viele Winzer von Mosel-Saruwa eingeladen gehabt, die dann auch kommen durften zu seinem Fest und es mit ihm feiern durften. Er hatte aber auch viele Österreicher eingeladen, was ich natürlich auch toll fand, dass ich die auch probieren konnte, die Weine. Und es gab nämlich von diesen Winzern, die er eingeladen hatte, hat ja jeder auch zwei, drei verschiedene Weine in Magnum oder größeren Formaten mitgebracht. Und das zeigt ja auch, dass er eben nicht nur ich bezogen handelt, sondern eben auch ganz großen Weitblick hat im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Gemeinschaft hier an der Saar oder an Mosel-Saruwa generell und speziell an der Saar ist wirklich sehr gut und aber auch sehr hilfreich. Also ich könnte nie in einem Anbaugebiet arbeiten oder wohnen, wo man sich nur bekriegt. Also mir ist diese Gemeinschaft, von der ja alle wirklich immer sprechen, aber die ist wirklich so und das ist mir ganz, ganz wichtig. Also wenn bei uns, auch wenn wir natürlich nicht so viele Maschinen haben, aber wenn bei uns mal was im Weinberg an der Raupe kaputt gehen sollte, dann weiß ich genau, wen ich fragen kann, der uns dann aushilft. Oder wenn bei einem anderen Winzer noch ein paar Exportkartons zum Etikettieren fehlen, dann darf der sich die bei uns ausleihen. Oder wenn jemand Rat beim Filtrieren braucht, dann fragt er meinen Vater. Und andersrum, wenn ich mal wissen will, ob der Kunde gut zahlt, dann frage ich den nächsten Winzer. Also das ist wirklich, und man hat auch immer ganz viele gemeinsame Schnittmengen. Und wir kämpfen ja wirklich auch alle für das Gleiche, dass eben Mosel-Saruwa positiv wahrgenommen wird. Und auch die Saar, die ja wirklich immer so abseits von allem liegt, wenn man das räumlich betrachtet. Aber eben doch, ich glaube, aufgrund der Weine dann zeigen kann, dass sie auch existiert und das zurecht. Absolut. Ja, Maximilian von Kunow kennst du ja auch, gell? Genau, und den schätze ich ja unendlich sehr. Also der und auch der Florian Lauer, das sind ja wirklich sehr gute Freunde von uns. Die waren auch bei unserer Hochzeit eingeladen. Und mit Max von Kunow habe ich im Prinzip mein ganzes Leben schon verbracht. Also wir waren früher, dadurch, dass meine Eltern ja schon immer miteinander befreundet waren, waren wir Kinder natürlich dann auch immer miteinander befreundet. Und ganz süß anzuschauen ist auch jetzt das, zum Beispiel von seiner Schwester. Die Kinder sind dann mit unseren wieder befreundet. Also es ist so eine, das verwächst alles so zusammen. Und das finde ich aber auch schön. Und gerade mit Max verbindet einen natürlich viel mehr als nur das Kollegiale und dass man sich über die weinbaulichen Themen austauscht, sondern eben auch über ganz viel Persönliches. Und der Max ist ja auch so ein totaler Kämpfer für die Saar und voller Leidenschaft dafür. Und genau so Leute brauchen wir auch, damit die Region wieder weiter vorankommt. Und ich denke, da sind wir ja auch schon auf einem guten Weg. Aber an Max lasse ich nichts kommen, weil der hat immer so viele tolle Ideen und setzt sich so gut dafür ein. Das hast du engagiert, gell? Macht auch die Versteigerungen in Trier. Genau, also der ist ja unser Auktionator. Das hat sein Vater ja auch schon vor vielen Jahren sehr erfolgreich gemacht. Und zwischendurch hat es dann der Professor Dr. Groß zum Beispiel gemacht, der das ja auch im Rheingau gemacht hat. Oder an der Nahe, Entschuldigung. Und bei uns macht es jetzt der Max seit ein paar Jahren. Und da sind wir auch sehr froh, weil genau diese Leidenschaft, die ich eben beschrieben habe, die kann er halt da auch perfekt transportieren. Und der kennt ja auch dann jeden Kunden, jeden Kommissionär und die Journalisten und kann das wunderbar miteinander verbinden. Und ist ein toller Netzwerker und hat auch den guten Überblick. Wenn er neue Ideen hat, dann kommt er auch damit direkt zum VDP-Vorstand und erklärt das uns, was er sich noch vorstellen könnte, was wir besser machen müssen, was vielleicht nicht so gut ist und so. Also das ist wirklich ein toller Austausch und auch sehr zielführend. Also das sehr zielorientiert. Aber er bringt da auch immer ganz viele eigene Emotionen mit rein. Und das finde ich so schön. Also es wäre ja auch ein bisschen langweilig, wenn es einfach nur eine steife Veranstaltung wäre. Das ist ja auch zum Beispiel das Tolle. Also einmal, dass wir den Max als Auktionator haben, aber eben auch, dass wir diese ganzen Charakterköpfe der Winzer da sitzen haben. Und dass das ja auch eine Nassversteigerung ist. Das heißt, wir dürfen ja, wir haben morgens, freitags morgens, das ist ja meistens der dritte Freitag im September, wobei wir das jetzt auch schon überlegt haben, ob wir das vorziehen müssen, weil die Ernten ja oft früher werden. Aber zur Zeit ist es immer noch der dritte Freitag im September. Dann ist morgens von neun bis elf die Vorprobe dieser VDP-Versteigerungsweine vom VDP-Mosel. Und im IAT Plaza ist das in Trier. Und danach ist dann von ein bis Ultimo die Versteigerung. Und dieses Jahr wird es da sogar eine Neuerung geben. Und zwar wird es nach der Prädikatswein-Versteigerung dann auch mal eine VDP-GG-Versteigerung geben. Also von den GGs der Mosel und vom VDP. Und da sind wir schon ganz gespannt, wie das bei den Kunden ankommt. Weil wir wollten halt sowohl für die Kunden als auch für die teilnehmenden Winzer diesen Markt oder diese Möglichkeit mal eröffnen. Und dann schauen wir einfach mal, wie das klappt. Und da hat der Max natürlich auch ganz viel mit uns drüber geredet. Und da haben wir aber auch mit allen Winzern überlegt, was uns voranbringt und was wir vielleicht sein lassen sollen. Und ja, da hoffen wir mal, dass das dieses Jahr gut ankommt. Aber ich finde es halt auch total begrüßenswert, immer wenn ich Gästen erkläre, wie das hier so ist an der Saar und wie das mit den Neuankömmlingen ist. Ob die einfach nur viel Geld mitbringen und das war es dann. Und die kaufen sich ein Weingut. Also zuerst muss ich ja mal sagen, finde ich das ganz toll, wenn sich jemand für Wein so begeistern kann, dass er das halt als Hobby und dann oder sogar im besten Falle, und das machen ja mittlerweile die alle, dass sogar hauptberuflich sich zum Ziel gesetzt hat, ein Weingut zu führen. Also es gibt doch nichts Schöneres, wenn man sein Geld zum Beispiel für gutes Essen, gutes Trinken ausgeben kann. Und das begrüße ich total. Und wenn sich heute Menschen in Deutschland ein Weingut kaufen, ist es meistens an der Pfalz oder an der Saar. Und das finde ich natürlich auch toll. Also finde ich sehr begrüßenswert für unser Anbaugebiet, weil dadurch kriegen wir ja auch nochmal ein bisschen neuen Input, neuen Schwung. Und ich finde halt zum Beispiel die Anna Reimann vom Weingut Kanzheim, das ist so eine gebildete, aber auch charmante, nette und auch gute Freundin von mir, aber auch das Weingut früher vom Dr. Siemens in Serich, die Familie Heimes, die kommt ja hier aus Saarburg. Hürzberg, da war ich auch erst. Ja, super, dann passt das ja gut. Weil das einzig Schlimme daran ist nur, dass ich jetzt sozusagen Butterfly-Kunden verloren habe, weil die haben sonst immer unseren Wein gekauft. Aber das ist ja nur beiseite jetzt. Aber ich finde das ganz toll, dass die ganze Familie sich da so engagiert eben für den Saarweinbau. Und die machen das ganz toll, aber eben auch nicht so aggressiv. Also ich meine, man kann das ja auch sehr unharmonisch angehen. Solche Beispiele gab es ja vielleicht auch schon mal. Aber das finde ich wirklich auch eine ganz tolle Familie. Die machen das grandios und gliedern sich überall wunderbar ein. Und dieses Kompliment der perfekten kollegialen Eingliederung kann ich auch wirklich nur an die Familie Jauch weitergeben. Das ist grandios, wie die das machen. Die Vorgängerin, das war ja die Frau Dr. Kegel, und die hatte zum Beispiel schon immer so eine Weinprobe für uns Saarwinzer und auch ein bisschen Ruwa und Mosel eingerichtet. Dass wir uns so im Februar, März treffen. Und dann jeder Winzer bringt zwei, drei Weine mit. Und die können wir dann eben untereinander probieren. Und dann durfte dann auch jeder immer sagen, was er da drüber hält. Also manchmal waren die schon abgefüllt. Dann konnte man halt nichts mehr ändern. Aber zur Not hätte man auch sagen können, oh, da sticht die Säure vielleicht ein bisschen hervor. Also das finde ich sehr wichtig, dass wir diesen Austausch immer hatten. Und ich finde es so schön, dass die Familie Jauch diese Tradition fortführt. Also ich meine, die hätten ja jetzt auch sagen können, was interessiert mich das alles. Oder ist mir zu aufwendig. Oder was soll ich mich mit den Kollegen da rumschlagen. Aber im Gegenteil. Die sind da drum so angenehm bemüht und machen das so gerne. Also denken wir zumindest alle. Also die machen das wirklich ganz toll, dass sie eben das bewusst so weiterführen und uns auch sonst mal einladen. Und es ist halt so schön, sich ganz normal mit denen zu unterhalten. Und die wollen ja dann auch ganz viel wissen über das Weingut, wie es mit der Saar ist und überhaupt. Und die denken auch richtig mit. Also das ist jetzt nicht so, dass die dann einmal im Jahr hier vorbeikommen und das war's, sondern die kommen auch zu den VDP-Sitzungen mit und denken da total mit. Sind auch, also geben uns auch gerne dann, dem VDP-Vorstand, dann auch gerne mal Kritikpunkte mit auf den Weg oder Verbesserungsvorschläge. Und insofern, also das freut uns ja dann auch total. Und die nehmen auch immer ganz brav, wie sich das gehört, für einen klassischen VDP-Mosselbetrieb, brav an der Versteigerung teil. Finde ich auch toll. Also insofern, da merkt man halt, die haben viele neue Ideen, natürlich auch mediale, viel bessere Vernetzung und so. Aber sie geben halt auch diese Tradition nicht auf. Und das finde ich ganz toll. Also das freut mich wirklich sehr. Wahrer Gewinn für die Weinbranche. Definitiv. Ja, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz in diese Auktionen einsteigen. Mich würde mal interessieren, du hast jetzt schon viel miterlebt im Laufe der Jahre und da viel gesehen. Was war denn für dich so das größte Highlight oder ein krasster Moment, wo du sagst, boah, das war mal eine coole Aktion. Da erinnere ich mich gern dran zurück. Ja, also natürlich vor ein paar Jahren, als die Trockenbärenauslese vom Egon Müller vom Schatzhofberg versteigert wurde, die da nachher über 14.000 Euro gebracht hat, das war, also pro Flasche, das war das außergewöhnlichste Erlebnis. Da kriege ich jetzt noch gerade Gänsehaut. Einfach auch, weil wir diesen Wein ja auch vorher kosten durften. Also allein das, dafür lohnt es sich schon immer zur Versteigerung zu kommen und es eben mitprobieren zu können. Und es war so toll, das mitzuerleben dürfen, an diesem historischen Tag dabei sein zu dürfen in dem Saal und mitzuerleben, wie dieser Preis immer höher ging. Und man hat auch schon gemerkt, dass der Egon sich darüber freut. Und das heißt ja dann auch schon viel, wenn man das bei ihm merkt. Und das war wirklich, also diese Stimmung in dem Saal, in dem Moment, das war, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Und ich glaube, die Saar hat eine Woche lang gefeiert, wirklich. Also wir haben uns so alle für ihn gefreut. Und endlich hat die Saar und der deutsche Weinbau ja auch nochmal in deutschen Fach, also nicht Fachzeitschriften, eben in deutschen Tageszeitschriften, Tageszeitungen nochmal eine Rolle gespielt. Also sonst haben wir ja auch schon die Chance bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, schreibt da mittlerweile der Herr Reinhardt auch immer seine Kolumme. Aber diesmal war das auch mal außerhalb einer Kolumme, was mich natürlich auch total gefreut hat. Und endlich war mal die Frankfurter und die Welt und die Süddeutsche voll mit deutschem Wein. Und das hat schon gut getan. Und gerade die internationale Strahlkraft auch, gell? Absolut. Also ich meine, der Wein wurde ja auch sozusagen auf der ganzen Welt verteilt. Ich glaube, es waren insgesamt 18 oder 22 Flaschen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber das ist schon toll. Und viele von diesen Weinliebhabern waren ja an dem Tag da. Und dann hat man ja diese Freude, dass die das bekommen haben, auch nochmal gespürt. Und das hat einen so mitgerissen. Da hat man sich ja für die auch nochmal gefreut, weil man die ja auch ein bisschen kennt. Also manche von denen. Und ja, also das war wirklich was ganz Außergewöhnliches. Auf jeden Fall ein sehr wichtiger Meilenstein, um auch wieder dahin zu kommen, wo wir mal vor 100 Jahren waren an der Mosel. Genau, absolut. Also dass alle Karten in den Restaurants nochmal voll sind mit Moselsarruberwein oder mit Saarwein, das ist natürlich absolut wünschenswert. Und da arbeiten wir alle dran. Und man muss ja auch mal ehrlich sagen, da sind wir, also jetzt gerade, wo wir eben über die Herren drüber geredet haben, auch in eine ganz tolle Zeit reingeboren. Weil wenn mein Großvater von früher erzählt hat, aus den 70er Jahren, 80er Jahren, was es da manchmal für Missernten gab. Also es gab ja Jahrgänge, da wurde nichts reif. Da mussten die das Grün ernten und das war dann höchstens QBA trocken. Aber das macht ja keinen Spaß, aus so einem unreifen Jahr. Und, oder, was weiß ich, die Öchse-Zahlen gingen eh nicht höher als 65. Und es hat einem alles verhagelt oder es ist alles erfroren. Oder meine Oma zum Beispiel, also meine Großmutter, die ich leider nie kennenlernen durfte, aber die hat ja zum Beispiel in den Nachkriegsjahren, als sie wieder hier war, hat die mit bloßem Telefonkabel, was überall rumlag, hat die die Reben angebunden. Also selbst wenn ich das jetzt erzähle, kriege ich Tränen in die Augen, obwohl ich nicht dabei war. Und wenn man sich das mal vorstellt, mit wie viel Widrigkeiten meine Familie dann schon konfrontiert wurde. Oder zum Beispiel, mein Großvater war in russischer Gefangenschaft und kam erst zwei Jahre nach Kriegsende wieder nach Hause, um das Weingut dann mit der Oma weiterzuführen. Aber an anderer Stelle, weil unser Gutsgebäude stand eigentlich im Stadtteil Beurig und wurde halt während dem Zweiten Weltkrieg an Weihnachten gab es hier einen Bombenangriff und dann wurde das halt zerstört. Und dann mussten die ja sich zuerst mal ein neues Weingut kaufen. Und als er dann aus russischer Gefangenschaft endlich mal nach Hause kam, haben dann woanders gelebt, aber konnten halt Gott sei Dank diesen Keller hier aufkaufen. Dazu erzähle ich vielleicht nachher noch was. Aber ich finde es halt, also das wollte ich nur noch mal erwähnen, dass mir das durchaus bewusst ist, dass wir im Moment eigentlich in eine ganz angenehme Zeit reingeboren sind und es nicht so schlimm haben oder mit anderen Problemen konfrontiert werden, aber die nie so schlimm waren wie das, was meine Großeltern aushalten mussten. Und die haben es ja trotzdem irgendwie hingekommen. Und das finde ich halt so faszinierend. Und diese Glanzzeiten, die es eben um die Jahrtausendwende gab oder um die, Entschuldigung, um die Jahrhundertwende gab, da wollen wir natürlich alle wieder hin und da kämpfen wir schon auch für. Aber ich denke, da sind wir auch auf einem nicht schlechten Weg. Absolut. Ja, du hast ja vorhin auch gesagt, dass die Leute sich hauptsächlich Weingüter auch an der Saar und in der Pfalz kaufen. Spricht ja auch dafür, oder? Absolut, genau. Das zeigt ja auch, dass es nicht die schlechtesten an Wagobite sein sollen. Absolut. Gerade mit dem einzigartigen Klima, das man hier hat. Auch nochmal das Mikroklima an der Saar hier. Ja, genau. Und halt, also ich finde es ja immer sehr witzig, wenn ich irgendwie international bei Weinmessen bin und die Gäste oder die Menschen hinter den Weinständen mir dann sagen, dass sie aus einer coolen Climate-Zone kommen. Finde ich, also mag ja auch stimmen, teilweise, aber ich glaube, dieses Wort cool Climate, das passt besonders gut hier an Mosel-Sarruwe und speziell an dieser. Also bei uns sind die Amplituden ja zwischen Tag- und Nachttemperaturen wirklich sehr ausgeprägt und das ist aber auch gut. Also das ist ja auch unser Glück gewesen, auch in diesen heißen Herbsten, wo man vielleicht in anderen Orten schon eher über Kühlmöglichkeiten nachdachten musste. Also nicht, dass das schlimm wäre, ja, aber da ist ja nochmal ein Schritt, was anders machen zu müssen auf die Schnelle und insofern sind wir halt froh, dass es bei uns hier nachts schon nochmal abkühlt und dass wir die Trauben hier nicht mit 30 Grad ins Kälterhaus reinbekommen. Also das macht uns die Traubenverarbeitung ja dann auch nochmal einfacher. Insofern. Und es prägt natürlich eindeutig den Geschmack unserer Weine. Also Saarweine und ich hoffe auch unsere, sind ja immer elegant. Man spürt diese Kühle, die sind nie zu fett, auch nicht in so einem heißen Jahr wie 2018. Und insofern sind das definitiv die Vorteile von der Saar. Und wir haben ja auch sogar in so heißen Jahrgängen auch oft noch genügend Feuchtigkeit eben entweder im Boden oder es regnet zwischendurch. Also das haben wir ja jetzt, Gott sei Dank, auch wieder gehabt. Letzte Woche noch ein bisschen Regen, jetzt diese Nacht nochmal Regen. Das tut schon gut. Also insofern. Natürlich kann man auch bewässern, aber wir wollen das eigentlich noch nicht. Also auch wieder da nicht, dass wir uns diesen modernen Dingen verschließen. Aber ich denke immer, ein bisschen Stress tut den Reben gut. Und solange wir das noch so hinbekommen und die Reben uns noch was Anständiges liefern, dann wollen wir das auch so beibehalten. Aber in fünf Jahren kann das ja schon alles anders ausschauen. Also insofern, wir verschließen nicht die Augen, aber wir probieren es, dass es noch so geht. Klimawandel ist da, oder? Ja, das lässt sich nicht verleugnen. Wo würdest du denn sagen, liegen so geschmacklich vielleicht auch die Unterschiede zwischen Mosel und Saar, wenn man das vielleicht mal in Worte fassen könnte? Das ist immer schwierig, wenn man da ja, weil das schnell falsch verstanden werden kann. Aber ich finde zum Beispiel, die Ruva, die hat ja immer noch so was Würziges mit da drin. Das finde ich sehr spannend. Und trotzdem ist es immer ganz elegant. Und die Mosel, die wird ja oft durch ihre Fruchtigkeit geprägt. Und man schmeckt hinten raus so ein bisschen die Mineralität. Also die ist natürlich genauso viel da, aber weil die Frucht so toll ist, ist das immer das, was man als erstes erlebt. Und an der Saar, würde ich sagen, ist es manchmal ein bisschen umgedreht. Oft sind die Weine von einer zuerst schmeckbaren Mineralität geprägt. Und die Frucht öffnet sich erst hinten und ein bisschen leiser. Aber wie gesagt, ich liebe es, Moselweine zu trinken und Ruvaweine und Saarweine. Also ich mache da jetzt keinen Unterschied im Sinne von, das meide ich oder das will ich nicht. Im Gegenteil, jeder ist von mir, wo ich hinkomme, der freut sich immer, wenn er mir irgendwie ein Kabinett von Mosel, Saarruva, egal von welchen der drei Flüsse, auf den Tisch stellen kann. Also insofern, ungefragt, kriege ich das immer direkt als Aperitif angeboten. Insofern passt das, ja. Cool. Ja, jetzt hast du mir richtig Lust gemacht auf Wein. So soll das sein. Ja, du hast auch einige vorbereitet. Ja, gerne. Dann probieren wir vielleicht zuerst mal den 2018er Zilliken Riesling Butterfly. Sehr gerne. Wir verschließen, deswegen das furchtbare Geräusch, wir verschließen unsere Gutsweine, unsere VDP-Gutsweine, immer mit Schraubverschluss. Das sind ja Weine, die hat man eh normalerweise die ersten paar Jahre ausgetrunken. Und deswegen kommt es mir da ja jetzt nicht so sehr aufs Lagerpotenzial der Verschlussart an. Und ich denke halt, für so Weine, die ja auch Spaß machen sollen, da darf man auch mal einen Schraubverschluss verwenden. Und Butterfly ist ja jetzt nicht so ganz der klassische Name eines Traditions-Sahweingutes für ein Wein. Aber der hieß früher Saarburger Rausch Riesling Qualitätswein halbtrocken. Das ist ja viel zu lang und wenig charmant. Und dann waren wir immer auf der Suche nach einem bisschen kürzerem, cleveren, smarteren Namen, waren aber selbst nicht kreativ genug. Und es war so, dass viele Journalisten, unter anderem der John Gilman aus New York und der Stuart Pigott, oft unsere Weine als schmetterlingshaft beschrieben haben. Oder so elegant wie Schmetterlinge. Und dann haben wir gedacht, mit dem Namen könnten wir doch was anfangen. Und dann haben wir gedacht, ah, dieses deutsche Wort Schmetterling mit dem SCH vorne dran, das hört sich immer so brachial nach Wagner-Oper an. Also ich meine, ich höre schon gern mal eine Wagner-Oper, aber dann, das ist ja nichts ganz so Zartes und Elegantes wie dieser Wein eben, den wir gerade im Glas haben. Und deswegen haben wir dann gedacht, naja, wenn wir das Englisch nennen, Butterfly, hinten mit dem Fly, das hört sich ja auch nochmal ein bisschen zarter und leicht, genau. Und deswegen haben wir gedacht, gut, dann nennen wir das so. Und haben aber dann auch den Stuart gefragt, ob wir so seine Idee denn aufnehmen können, aufgreifen können. Hat er gesagt, ja klar, das müsst ihr machen. Hat auch direkt einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung damals geschrieben, das war 2002, als wir mit diesem Wein angefangen haben. Und hat uns da total geholfen und auch drin bekräftigt in dieser Idee. Das hat uns ja dann auch gut getan, weil wir als wirklich traditionelles Weingut, wir überlegen dreimal, welche Neuerungen wir unseren Gästen zumuten können. Aber wir haben eigentlich festgestellt, oft zerbrechen wir uns viel schlimmer den Kopf, als nötig gewesen wäre. Weil oft wird es von unseren Kunden viel lockerer akzeptiert. Wir haben im ersten Jahr vom Butterfly dann 6000 Flaschen gemacht, die eine Hälfte mit Schraubverschluss, die andere mit Naturkurken. Und im nächsten Jahr gab es dann nur noch Schraubverschluss, weil alle diesen Wein akzeptiert hatten mit Schraubverschluss. Also das zeigt ja auch, dass es gar nicht so schlimm ist. Und auch das moderne Etikett haben alle akzeptiert. Außer zwei tatsächlich. Ich habe zwei Kunden wissentlich verloren wegen dem neuen Package. Aber die anderen haben alle, also ich habe bestimmt auch 200 aufgrund dessen wegen diesem für den Wein gewinnen können. Insofern ist es in Ordnung. Und diese zwei, die ich verloren habe, die mögen aber trotzdem noch unsere anderen Weine. Also insofern ist es ja in Ordnung. Und ja, das ist eigentlich der einzige Wein, der dann bei uns auch ein anderes Etikett hat. Ein bisschen luftigeres, gestalteteres Etikett. Erinnert so ein bisschen an Matisse mit den Farben auch und mit der Leichtigkeit. Und jetzt probieren wir den mal. Also sehr zum Wohl. Zum Wohl. Das ist mal das beste Geräusch beim Winzer. Absolut. Ich finde, das ist so ein Wein, der fast genau für heute den Tag ist. Es ist so draußen heiß und schwül, ein bisschen drückend. Das hier ist der perfekte Terrassenwein. Und ich finde, das ist so ein Wein, der ist so richtig animierend. Man trinkt einen Schluck und denkt so, oh ja, davon jetzt noch ein Schlückchen und noch ein Schlückchen. Und der hat ja auch nur elf Volumenprozent, also dann ist die Flasche auch schnell leer. Und dadurch, dass er immer Feinherb ausgebaut ist, ist er sehr flexibel zum Essen einzusetzen. Jetzt finde ich diesen Begriff Feinherb ja leider auch sehr dehnbar. Wenn ich persönlich im Restaurant sitze und ich habe mir ein Menü ausgesucht oder einen Gang und denke, ach, dazu könnte vielleicht was Feinherbes passen. Und ich bestelle einen Wein im Restaurant, der Feinherb heißt, und ich bekomme nachher einen Wein, der schmeckt, als ob er 45 Gramm Restzucker hat, dann ist das nicht, was ich mir vorgestellt habe. Und deswegen finde ich, allein schon aus Verbraucher begeisternder Sicht sollte, oder haben wir uns zum Ziel gesetzt eben, dass unsere Feinherbenweine nie zu süß sind, sondern halt auch gerne immer nur so um die 18 Gramm Restzucker haben. Und ich finde jetzt gerade speziell hier der Wein, der hat 17,4 Gramm Restzucker schmeckt, aber ja eher wie 11. Also man darf vor diesem Wort Restzucker auch nicht immer so Angst haben oder überhaupt vor dem Begriff Feinherb oder auch fruchtig nachher, sondern man sollte sich da eigentlich nur auf seine Zunge verlassen und auf das, was der Körper einem sagt. Will ich davon jetzt mehr oder nicht? Das ist doch das beste Zeichen. Also so entscheide ich auch, ob ich jetzt Burgunder, Bordeaux, Champagner oder argentinischen Rotwein trinke. Also das ist für mich immer das Wichtigste, ob ich merke, oh, das gefällt mir, dabei möchte ich bleiben oder bitte den Nächsten. Was ich ganz furchtbar finde, das ist für mich immer die Höchststrafe, wenn ich einen Wein trinke, der erste Schluck ist vielleicht beeindruckend und der zweite ist mir viel zu fett. Das finde ich furchtbar, weil dann hat man keine Lust mehr auf den nächsten Schluck Wein und man hat nicht Lust auf den nächsten Gang im Restaurant. Das finde ich so schlimm und deshalb soll das, und das ist ja nun mal die Stärke der Saar, dass das immer schön elegant fließend bleibt und das hoffen wir halt, dass wir dieses Gefühl auch mit unseren Weinen einfangen können. Ja, der Wein soll dich öffnen, soll dir Spaß machen, soll dich beflügeln. Genau. Wie so ein Schmetterling. Genau. Insofern passt das ja ganz gut. Absolut. Und wie gesagt, toller Speisebegleiter. Manchmal hat man ja nicht Lust, für jeden Gang einen neuen Wein zu holen. Oder wenn man einfach nur mit Freunden am Grillen ist, kann man wunderbar den Butterfly den ganzen Abend durchtrinken. Ja. Ich kriege immer wieder die Frage von den Followern auf Instagram und überall. Kannst du nicht noch mal dieses VDP-System erklären? Verweise ich immer bloß auf meine Podcast-Episoden. Der Max hat das damals auch schon ziemlich gut erklärt. Aber vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären von einer weiblichen Sicht aus. Vielleicht kapieren es dann die Zuhörer, weil das ja doch ein sehr komplexes Thema auch ist zum Teil. Genau. Also das kann schon komplex sein. Und es war auch bei uns früher so, dass ich anfänglich zum Beispiel gar kein großes Gewächs machen wollte. Weil ich oft den Eindruck hatte, dass Weine zu brandig schmecken können, zu viel Alkohol haben können und dann einfach den Rest nicht so zeigen können. Und da habe ich immer gedacht, oh nee, großes Gewächs ist für mich jetzt nicht so wichtig. Und dann kam aber der Jahrgang 2009. Also ich meine, es gab auch schon vorher tolle große Gewächse, die ich wirklich sehr gerne getrunken habe. Aber es gab halt auch welche, die haben mich nicht so fasziniert. Und deshalb hatte ich so, sagen wir mal, 2003 oder so, hatte ich noch nicht so den Bezug dazu. Also da hat mich dieses Wort noch nicht so geflasht. Ich habe das schon inhaltlich alles verstanden, worauf es ankommt, aber es ist geschmacklich noch nicht bei mir übergesprungen, der Funke. Und dann war es bei uns im Eingut so, dass 2009 hatten wir draußen so viele goldgelbe, perfekte Beeren und dann haben wir gedacht, ah, das wäre doch jetzt mal eine Möglichkeit, dass wir uns doch an dieses Thema großes Gewächs, also VDP, großes Gewächs, ranwagen. Großes Gewächs ist ja immer der trockene Spitzenwein eines VDP-Betriebes. Und dann haben wir gesagt, ja gut, probieren wir mal aus. Dann habe ich mich auch mit anderen Kollegen kurzgeschlossen, also zum Beispiel der Frank Schillenleber von der Nahe, mit dem habe ich dann auch telefoniert, weil wir ja auch gar nicht wussten, naja, wie viel Grad Öchsel braucht man denn da so ungefähr? Also theoretisch die Vorgabe des VDP ist natürlich, dass das Spätlesegeeignete Gewicht sein sollte, aber man will ja dann nicht irgendein GG vorstellen, sondern das sollte ja schon auch ein ziemlich gutes dann sein. Und ja, dann haben wir uns in dem Jahrgang mal herangetraut und dann hat das eigentlich auch ganz gut geklappt. Und um diese Pyramide dann umsetzen zu können, haben wir eben das mit dem 2009er Jahrgang angefangen. Und dann haben wir gedacht, naja, damit unsere Kunden das jetzt auch ein bisschen besser verstehen können, weil früher gab es natürlich bei uns Saarburger Rausch, Riesling, Kabinett, Trocken. Das gab es irgendwann mal. Aber es ist ja ganz klar definiert, dass nur noch bei den fruchtigen Weinen die Prädikatstufen verwendet werden sollen in Verbindung mit dem Lagennamen. Und insofern haben wir uns natürlich dann auch dran gehalten. Und ich finde diese Regularien auch sehr wichtig, denn je mehr Winzer da an diesem System partizipieren, desto einfacher ist es, dem Gast das erklären zu können. Und ganz viele haben das ja dann auch schon verinnerlicht und super toll verstanden. Also deswegen ist es gar nicht so schlimm. Ich finde immer, man muss sich einmal trauen, sich damit zu beschäftigen und dann macht es meistens Klick und dann merken die meisten Gäste, dass es gar nicht so schlimm ist. Und es gibt halt die Stufen an Mosel-Darowa gibt es ja die Stufen VDP Gutswein, VDP Ortswein und VDP Große Lage. Und für die meisten anderen Anbaugebiete in Deutschland, die haben ja dann VDP Gutswein, VDP Ortswein, VDP Erste Lage und dann VDP Große Lage. Das ist mal das Grundgerüst und dann darf man das ja in der jeweiligen Stufe, das mag vielleicht von Regionalverband zu Regionalverband auch nochmal einer anderen Wichtigkeit zugeordnet sein, aber bei uns an VDP Mosel ist es natürlich ganz wichtig, dass wir in jeder Stufe auch die fruchtigen Weine ausbauen dürfen. Also es gibt zum Beispiel bei uns auch ein VDP Gutswein Feinherb, das ist ja wie eben gesagt der Butterfly, es gibt es als VDP Gutswein Trocken, der heißt dann nur Zilliken Trocken, aber es gibt auch manchmal ein VDP Gutswein im fruchtigen Bereich, der heißt dann einfach nur Zilliken Riesling und das gibt es mit jeder Stufe auch so, Trocken, Feinherb, Fruchtig, wenn der Winzer das will. Das Gute ist ja, man muss das ja nicht, man muss ja nicht alle Stufen erfüllen, aber wenn man einen VDP Wein auf den Markt bringt, dann muss man ihn zumindest einer Stufe zuordnen können und das finde ich macht es ja dann wieder ganz einfach und wie gesagt bei den fruchtigen Spitzenweinen mit Lagennennung darf ich das dann zum Beispiel Rausch Kabinett, Rausch Auslese, Rausch Spätlese, Rausch Behernauslese, Rausch Eiswein nennen, Rausch ist ja unsere VDP große Lage, aber bei den trockenen Spitzenweinen das heißt Großes Gewächs und ein Bockstein Großes Gewächs Man kann sagen, je kleiner die Herkunft auf dem Etikett eingezirkelt ist, desto höherwertiger ist die Qualität Also wir fangen an mit der Basis, das ist einfach nur Zilliken, das könnte theoretisch überall von der Saar kommen, also aber aus unseren Weinbergen Dann ist die nächste Stufe Saarburg als Ortswein Das kann bei uns persönlich dann nur aus dem Saarburger Rausch kommen, weil wir ja in Saarburg selbst im Saarburger Rausch haben Also ist es bei uns sogar noch ein bisschen enger weil bei uns kommen sogar die Ortsweine alle nur aus der großen Lage aber wir nennen es natürlich nicht so Das hört sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen komplizierter an aber ich wollte nur den Gästen sagen dass wenn man bei uns ein Ortswein kauft dann kriegt man sogar ein große Lagewein dafür von der Lagen Betrachtung her und dann haben wir natürlich für das Beste einer jeweiligen Stufe da dürfen wir dann die Lage drauf schreiben Rausch Bockstein Kupp und das ist dann eben trocken ist großes Gewächs und fruchtig sind dann eben diese Prädikate wie eben genannt also an sich finde ich es gar nicht so kompliziert man muss einmal den Mut zusammen nehmen sich kurz damit beschäftigen und dann geht es wieder wie du schon sagst auch die einzelnen Lagen Lage ist ja auch nicht gleich lager unten ist es dann es an wie die Sonne zugeneigt ist und so kann dann quasi nochmal einzelne Filetstücke herausarbeiten und dann wird es glaube ich richtig interessant klar klar absolut und man muss aber auch dazu sagen das ist jetzt gar nicht so dass wir jedes Jahr sagen können in der Parzelle wird unser großes Gewächs geerntet und zwei Anlagen tiefer eins mehr nach rechts wird dann die Spätlese geerntet so ist es nicht was bei uns eher die Sachen vorgibt ist wenn wir überhaupt die Chance haben einen Eiswein zu ernten geht es bei uns nur an einer Stelle weil die so an einer Kuppe sozusagen genau vorne dran ist sodass dann halt da es am kältesten ist und die Kälte nicht vom Wald der dann zum Beispiel oben auf dem Berg ist abgehalten wird also das ist das Einzige was wir sagen können und wir haben manchmal einen Ortswein der heißt dann zum Beispiel Saarburg Trocken Alte Reben und den können wir ja tatsächlich dann nur in unseren alten Anlagen machen die sind zwischen 60 bis 130 Jahre alt und das sind die die ganz unten im Saarburger Rausch sind das sind unsere ältesten Parzellen und diese ganz alte mit 130 Jahren alt die ist sogar noch wurzel echt und das gezeigt dass in diesen heißen Jahren wie zum Beispiel 2003 aber auch jetzt 2018 natürlich und auch 2015 hatten diese alten Reben natürlich schon viele Vorteile weil die ja in der Tiefe immer noch genug Feuchtigkeit hatten in neun Meter Tiefe war da immer noch was sodass die Reben dann eben auch Nährstoffe aufnehmen konnten andererseits hat es sich aber auch gezeigt wir haben insgesamt sieben Hektar auch neu gepflanzt haben kann deshalb finde ich darf man das nicht immer so verteufeln das eine oder das andere wie bei den Menschen vorhin schon gesagt macht es die Mischung und wir sind jetzt auch froh dass wir das im Weinberg eben auch so haben weil jede Parzelle eben ihre Eigenheiten hat und es ist ja aber der Geschmack macht es dann halt wieder wett in sofern ist es für uns total in Ordnung und das ist eben auch sowas dass hinter diesen ganzen VDP Stufen um darauf nochmal zurück zu kommen steht ja auch wirklich ein Sinn dahinter und im VDP Mosel ist es auch so dass jeder Wein mit einem Adler auf der Kapsel wird geschmacklich auch von uns allen probiert dass man sich sicher sein kann als Gast wenn ich im Restaurant bin und ich sehe da ist der Adler drauf das ist muss das kann nichts schlechtes sein also das soll und das gilt natürlich auch für den Bundesverband wenn man da den Adler sieht dann kann man sich sicher sein das ist was gescheites und ich finde das macht es den verbrauchern ja jetzt auch wieder einfacher damit möchte ich aber also es gibt ja auch genügend Winzer die sind eben nicht VDP Mitglied die trinke ich genauso gerne also das heißt jetzt nicht dass man nur Adler kaufen soll sondern es gibt ganz vieles was auch wunderbar schmeckt was halt nicht den Adler drauf hat aber ja genauso perfekt zu genießen ist was mich jetzt mal interessieren würde ist ich komme auch viel herum und wie du schon sagst das ist nicht jedes Weingut ein VDP Weingut und mich würde mal interessieren wie wird man denn eigentlich VDP Mitglied was muss man denn dafür Auflagen erfüllen viele denken immer ach ja da muss man doch nur so einen Jahres Beitrag zahlen und ich frage da mal an ob ich auch Mitglied werden kann und das war es dann so einfach ist es nicht und zwar ist es ja auch Gott sei Dank eigentlich nicht so einfach weil der Gast soll sich ja darauf verlassen dass es was anständiges ist also man kann sich auch nicht selbst ins Spiel bringen sondern der VDP Vorstand muss dieses Weingut über Jahre hinweg beobachten eigentlich über mindestens fünf Jahre die geschmackliche Qualität des Weingutes immer mal wieder testen das ist ja auch wieder sowas schönes an meinem Beruf dieses ständige testen und dann wird natürlich auch geguckt ob das überhaupt von der Größe hin passt also bei uns am VDP Mosel da muss die Mindestbetriebsgröße ist vier Hektar muss zu 80% mit Riesling bestockt sein dann guckt man natürlich was hat der jenige für Lagen passt das überhaupt also wenn er jetzt nur ich sag mal also an Mosel Saruva gibt es ja nicht viel Flachlagen aber wenn er jetzt nur Flachlagen hätte dann wäre das halt nicht so ein Kandidat das steht zwar nirgendwo geschrieben aber vielleicht ist es dem einen oder anderen auch wichtig dass der jenige menschlich integer ist und ein guter Kollege ist dann ist es natürlich auch wichtig wenn man das alles mal wenn das für alles gut befunden wurde muss dann zuerst mal im ersten Schritt darüber abgestimmt werden also dann berät der Vorstand das würden wir vorschlagen dann werden die Mitglieder bei der Mitgliederversammlung gefragt was die davon halten und dann wird abgestimmt und erst wenn da genügend dafür gestimmt haben dann fängt dieses Aufnahmeprozedere überhaupt mal an dann wird sich mal angeschaut ja wie sehen denn die Kellerbücher von dem aus und das alles in die VDP Statuten reinpasst nicht Vollernter geerntet und all die Sachen dann fragt man ja auch den Winzheimer ob der das überhaupt will und ob der das sich vorstellen kann und wenn das alles in Ordnung war dann kommt es noch mal zur finalen Abstimmung und wenn dann wieder genügend dafür waren dann hat der jenige es endlich geschafft und zum Beispiel haben wir zuletzt das Weingut Knebel den Matthias Knebel mit seiner Mutter aufgenommen aus Winning und das freut uns natürlich auch total und ja geschmacklich ist das top und kollegial ist das top und da hat einfach alles gepasst und da waren wir eigentlich auch fast alle mit einverstanden alle waren wir damit einverstanden sogar das gibt es auch sehr selten weil man ja immer mal andere Meinungen haben kann was ja auch sehr gut ist was einen ja auch geistig befruchten kann aber in dem Fall waren wir uns alle einig dass der definitiv zu uns gehört und das war auch auf jeden Fall ein guter Zug oder macht uns Spaß dass und es ist nicht so dass jedes Jahr pro Region einer aufgenommen wird weil sonst müssten wir ja ganz schnell mal kurz eben 100 Mitglieder also im Moment haben wir 30 gerade und das ist man muss sich ja überlegen ob das passt vom Weinbaulichen her und alles und insofern soll das ja auch nicht sein was inflationär getätigt wird dass man jetzt sagt ah ja komm du bist mein Kumpel dann ich gucke schon dass du in VDP reinkommst also so läuft es halt nicht und selbst wenn man im VDP drin ist heißt das nicht dass man das auf Lebenszeit garantiert bekommen hat sondern wir haben ja alle paar Jahre eine Betriebsprüfung und da muss man alles offenlegen also die AP Bescheide das Kellerbuch wenn man das sehen möchte die Weine werden durchprobiert die Etiketten werden angeguckt es wird überall geguckt dass der Adler richtig verwendet wird es wird geguckt dass der Adler draußen hängt als Messingschild es wird geguckt dass man eben nicht mit dem Feuerernter erntet diese ganzen kleinen Sachen und das nimmt schon auch viel Zeit in Anspruch diese ständige Prüferei aber es ist ja ganz wichtig dass eben der Gast sich darauf verlassen kann dieses Siegel mit dem Adler sozusagen oder die Kapsel mit dem Adler das steht für etwas Gutes und deshalb muss man sich halt auch die Zeit nehmen für diese ganzen Prüfungen aber ich dann kriegt man auch mal eine Abmahnung und je nachdem wenn man zwei oder drei Abmahnungen bekommen hat dann erlischt auch die Mitgliedschaft im VDP auch bundesweit dann also man kann auch zum Beispiel nicht im Bundesverband Mitglied sein aber eben nicht in der Region das geht nicht sobald man in der Region VDP Mitglied ist ist man das auch automatisch für den Bund insofern muss man dann natürlich schon ständig an seiner Qualität weiter feilen und gucken dass man da wirklich jedes Jahr und das probieren wir ja speziell auch wirklich jedes Jahr aus seinen besten Lagen immer das beste Potenzial auszuschöpfen und das macht ja auch eigentlich jeder und das ist ja dann auch toll zu sehen was dabei für wunderschöne Weine rauskommen von den Kollegen Du hast ja vorhin auch gesagt dass ihr zum Beispiel auch wenn jetzt ein Günther Jauch kommt oder ein anderer Winz und Verbesserungsvorschläge bringt für den VDP dass ihr da immer ein offenes Ohr habt mich würde interessieren da ihr euch laufend reflektiert und versucht weiterzuentwickeln ob es da gerade Projekte gibt oder Punkte die ihr überarbeitet oder wo ihr euch Gedanken macht also zum Beispiel beim VDP Mosel ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil dass wir gucken dass die Versteigerung im September schon ein bisschen flüssiger und ein bisschen lockerer wird weil manchmal kann das ein bisschen zu viel Zeit in Anspruch nehmen sodass es manchen Gästen die dann da unten sitzen vielleicht ein bisschen zu lang erscheinen mag und da arbeiten wir gerade dran aber der BundesVDP hat natürlich auch sich gerade hat ja gerade zum Beispiel dieses Sektstatut auch verabschiedet das war ja auch super dass man einfach dass es dann halt auch mal ein VDP Gutsekt gibt und VDP große Lagersekt zum Beispiel das das finde ich auch sehr gut weil ich meine warum sollte das nur für Wein gelten wenn es doch auch für den Sekt unser Sekt ist auch immer aus dem Saugerausch geerntet also warum dürfen wir es da nicht zeigen insofern finde ich das sehr gut und ist ja auch wieder sehr verbraucher entgegenkommend und es gibt auch im Bundesverband ein ganz großes Thema aber ich weiß gerade tatsächlich nicht ob ich schon darüber reden darf oder nicht deshalb möchte ich da jetzt nicht vorgreifen aber man wird schon die nächsten 10-15 Jahre von einem ganz großen wichtigen Thema im VDP Bundesverband immer wieder hören und das ist ja auch gut so da müsst ihr halt jetzt gespannt sein gut dann würde ich sagen haben wir auch genug über den VDP jetzt geredet dann gehen wieder zu deinen Weinen über sehr gerne ja das ist ja alles eins irgendwie ne probieren wir jetzt den VDP große Lage Wein 2018 Rausch Riesling Kabinett jawohl das ist ja immer so mein Lieblings Wein den brauche ich immer also Kabinett die Stufe ja eh wie eben schon angedeutet von den Kollegen auch sehr gerne Kabinett ist für mich und hier dieser im speziellen das ist halt unwahrscheinlich elegant man hat aber auch den Mund direkt so voll wie wenn man in Obstsalat beißt mit ganz viel Melonen Stückchen das einem richtig das Wasser im Mund zusammen läuft so ist für mich immer dieser Wein und das ist eben auch ganz animierend mit nur 8 Volumen prozent das heißt man kann die so was fruchtsüßes das kann ich ja nur zum Dessert das stimmt gar nicht ich durfte mal bei der Christina Fischer ein Seminar mitmachen da hatte die 10 verschiedene Speisen mit 10 verschiedenen Kabinettwein die waren alle fruchtig und das hat alles super gepasst also das passt toll zu Schmorgerichten wenn man an eine Rinderroulade denkt mit ganz viel eingedickten Bratensaft eingekochten Bratensaft passt toll zu Sushi kann das toll passen zu einem scharfen Thai-Curry kann das toll passen einfach zu einer Käseplatte also jetzt nicht mit einem Gorgonzola aber ansonsten schafft er auch alles das finde ich immer ganz spannend als Aperitif als wir als meine Mädels mich ausgeführt haben zu meinem Junggesellenabschied in ein tolles Restaurant habe ich mich erdreistet als Wein zum Feldsalat mit Speckcroutons einen Fritz Haag Braunberger Juffer Kabinett auszusuchen dann meinte der Sommelier kam zu mir und meinte sie wissen schon dass der nicht trocken ist habe ich gesagt ja und deswegen will ich den haben der konnte die Welt nicht verstehen also ich finde jeder soll das aussuchen was ihm schmeckt und dann dann bleibt er doch auch gerne dabei und das ist also ich finde dieses Diktieren was zu was passt oder was man jetzt trinken soll oder was jetzt gerade modern ist das finde ich immer so furchtbar also das ist ja eigentlich auch sehr kurz gedacht ich finde es doch viel schöner wenn man rausfinden darf was einem zusagt und was nicht und dass man so seine eigenen geschmacklichen Grenzen erfahren darf das finde ich viel schöner und man muss ja auch sagen gerade bei dem Wort Kabinett für uns war der Kabinett schon immer ein ganz wichtiger Wein also die größten Abfüllungen von uns sind normalerweise im normalen Jahr ging immer Butterfly und Kabinett da sieht man schon dran dass es viel bei uns ist aber wir haben immer eine hohe Nachfrage nach trockenen Wein gehabt konnten die aber nie erfüllen weil wir zum Beispiel nicht jedes Jahr gibt uns so viele tolle goldene Beeren wie 18er Jahrgang für unsere trockenen Weine verwenden wir nur die kleinen goldenen locker beeringen Bärchen da darf kein Krümmelchen Botrytis mit drin sein und deswegen das ist ja unser begrenzender Faktor also wir können nicht einfach nur weil die Nachfrage nach irgendwas hoch ist mal gerade sagen oh ja also könnten wir schon aber machen wir nicht weil es nicht das ist was wir uns im Kopf darunter vorgestellt haben und dann bleiben wir lieber bei dieser Philosophie dass wir es halt so machen dass wir auch dahinter stehen können und beim Kabinett freut mich das natürlich gerade im Moment sehr dass das so ein Wort ist was ja doch dem ein oder anderen jetzt so seit den letzten 3 4 5 Jahren mal immer wieder über den Bildschirm flimmert oder um die Ohren gehauen wird Kabinett ist total in das traut man sich wieder zu trinken und das freut mich natürlich dass wir dann als Traditionsunternehmen endlich auch mal in einem Trend mit drin sind also wir mussten uns nicht dafür verbiegen sondern das was wir schon immer so gemacht haben ist endlich mal Trend das tut ja auch mal gut das passt doch super in den Zeit oder leichte bekömmliche Weine wenig Alkohol absolut und man muss ja wirklich sagen das ist das wie Mosel Saruva das früher auch schon gemacht hat man muss sich vorstellen früher gab es ja nur ganz kalte Keller einer Tropfsteinhöhle da sind es dann auch immer eher so 10-11 Grad also ganz kühl und eine hohe Luftfeuchtigkeit mit zwischen 55 bis 95 Grad Luftfeuchtigkeit Prozent so sahen früher alle Keller aus und das wurde alles wie bei uns auch im Fudderfass vergoren hier an Mosel Saruva und natürlich aufgrund dessen dass der Keller so kalt war sind die Weine ja ganz oft eher so fein herbt fruchtig stehen geblieben die haben ja selten bis trocken runter gegoren und deswegen ist das was wir heute so als Kabinett trinken so diesen Stil den gab es ja auch früher schon und wie du gesagt hast mit den 8 Volumen Prozent ist das natürlich sehr bekömmlich auch wenn man diese Worte natürlich nicht irgendwo hinschreiben darf aber das macht total viel Spaß und da sind wir wieder beim wichtigsten Faktor man trinkt einen Schluck und hat direkt dieses Mundwasser Gefühl und perfekte Erfrischung und das Schöne ist der Wein macht jetzt Spaß und die nächsten 20 Jahre sehr zu wohl beschwingend ja genau zu gierig und er ist halt der ist so fließend und so filigran und trotz seiner Frucht nie zu fett der hat 58 Gramm Reiszucker hört sich wieder furchtbar schlimm an aber aber er schmeckt nicht so finde ich und das ist wieder die Stärke von der Sache und auch wenn 2018 ein sehr reifer Jahr war hatten wir ja trotzdem einen pH Wert von ungefähr 2,9 und das hat halt auch total geholfen und die Säure die vorhanden ist also es war ja auch erlaubt Säure zuzugeben aber das haben wir nicht gemacht es hat uns geschmacklich auch so gereicht und dann haben wir davon Abstand genommen und ich finde diese 2,9 im pH Wert die haben halt schon geholfen dass die Säure noch frisch schmeckt also auch wenn sie nominell ein bisschen tiefer ist aber dieses Erfrischende bleibt ja trotzdem noch und der Wein ist lang im Abgang aber nicht beschwerend und das hat ja auch was mit Bekömmlichkeit zu tun also mir schmeckt der sehr sehr gut richtig schön da könnte ich jetzt gerne das Klaus ausdrinken gerne kein Problem aber man muss auch sagen 2018 also ich habe ja eben erwähnt normalerweise ist das Kabinett immer so unsere stärkste Füllung aber 2018 war tatsächlich eher so ein Auslesejahrgang also da mit dieser ganzen Reife und Opulenz einerseits aber Gott sei Dank eben da noch das frische kühle von der Saar das macht schon Spaß so gleich die Nächsten können nachher noch mal Kabinett trinken gerne was haben wir jetzt im Glas 2018 Rausch-Riesling-Auslese einer unserer vier verschiedenen Auslesen AP Nummer 10 ist in dem Zusammenhang vielleicht noch mal wichtig zu erwähnen komme ich nachher noch mal drauf zurück ich finde ich wollte unbedingt den Wein jetzt probieren weil ich finde das ist wie so ein Cocktail wie so ein Fruchtcocktail den man trinkt da braucht man sonst gar nichts mehr der zeigt so viel Maracuja Ananas Mango und es bleibt wunderbar elegant das ist immer noch nicht zu fett und überladen und das ist typisch Saar und das tolle ist diese kühle Eleganz das kann man Gott sei Dank mit keiner Maschine der Welt künstlich erzeugen das gibt es nur in echt und hauptsächlich an der Saar mega gerade diese diese reifen Früchte die du gerade angesprochen hast diese exotische und dann trotzdem noch mit der frischen Säure also das findet man wirklich sonst nirgends normalerweise hat man dann so keine Ahnung so einen grünen fast unreifen Apfel so knackig wo dann trotzdem die Säure da ist aber hier hat man ja wirklich exotische Früchte dazu ja und also deshalb dieses deshalb wollte ich unbedingt den Wein probieren weil das so viel Spaß macht und und auch so typisch ist und das ist ja auch das Tolle eigentlich und Gott da bin ich auch sehr froh dass unsere Gäste das meistens akzeptieren es gibt in unserem Haus nicht jeden Gang jeden Jahrgang immer alle Weine also wir machen nicht jedes Jahr Zilliken trocken bis hoch zum Eiswein oder bis hoch zur Trockenbeerenauslese sondern wir gucken was gibt uns der Weinberg an Material vor und welches Potenzial können wir davon nutzen riskieren wir noch ein bisschen vielleicht Zeit um wenn das Wetter schön ist auch mal eine Beerenauslese zu ernten oder so das macht total viel Freude auch zu sehen was ist der Weinberg in jedem Jahr an Möglichkeiten hat also was ist er was kriegt er hin die Lage und das ist total faszinierend und wenn wir immer anfangen mit der Lese dann denken wir ach ja vielleicht können wir das und das ernten und jetzt die letzten paar Jahrgänge wurden unsere Wünsche da meistens sogar noch übertroffen also insofern auch da sieht man wie da sind wir in eine gute Zeit reingeboren und ich würde auch sagen sowas die Weine die wir jetzt alle probiert haben da merkt man einfach dass es war also das ist man kann es nicht kopieren und man kriegt es direkt geschmacklich überliefert auch mit der Mineralität wir haben ja ganz viel feinblättrigen dünnen Schiefer im Saarburger Rausch der ist so hellgrau mittelgrau den kann man ganz leicht mit den Händen zerbröseln aber wir haben auch ein vulkanisches Eruptionsgestein das heißt Diabas das gibt es nicht oft in deutschen Weinbergen also das gibt es schon noch oben im und es gibt es auch noch ein bisschen an der Rufe aber ansonsten kenne ich das in Deutschland in Kombination im Weinberg nicht und diese beiden Gesteine also Diabas und Schiefer die sorgen natürlich auch für eine sehr eigenständige Mineralität da drin das heißt unsere Weine aus dem Saarburger Rausch schmecken immer definitiv anders wie die aus dem Okfener Bockstein oder aus der Eiler Kupp das ist halt auch so faszinierend obwohl die gar nicht weit weg voneinander liegen also das eine ist gerade einmal über den Fluss und die andere Lage ist gerade ein Ort weiter aber trotzdem können das halt so Unterschiede machen und das finde ich so spannend und das macht es ja dann auch wieder so interessant auch für uns und wenn wir das dann unten in den Futterfässern ausbauen da haben wir ja dann auch die Möglichkeit das ist nämlich das Tolle bei all der viel mehr Arbeit die man mit den Fässern hat im Vergleich zu einem Edelstaltank dass wir das ja auch alles so separat halten können wie wir das pro Tag oder pro paar Stunden reinbekommen damit wir dann einfach nachher herausfinden können ist das jetzt eher elegant und zart wie ein Kabinett oder ist das jetzt schon ein bisschen runder und voller wie eine Auslese aber hat trotzdem hinten noch die Eleganz das macht ja auch total viel Spaß dann herauszufinden was passt zu wem und wie nennen wir es dann nachher und das ist der wichtigste Schritt definitiv immer im Weinberg ja ich habe also wir nähern uns jetzt schon langsam dem Schlussteil und ich habe am Schluss immer noch so ein paar persönliche ein bisschen witzige Fragen für dich und mich würde gerade bei dir jetzt interessieren wir haben uns ein paar mal über unsere Zeit gesprochen in der wir jetzt leben jetzt stell dir mal vor du steigst in ein Raumschiff rein katapultierst dich kurz in den Kosmos rein und die Zeit hält für dich an und du kommst nach 50 Jahren wieder auf die Erde wie glaubst du sieht die Erde dann aus wie hat sich die Weinbranche entwickelt und in welcher Zeit glaubst du kann man dann leben das ist eine sehr gute Frage also da sollte man am besten mal das Buch vom Tom Hillenbrand lesen mit der Throne Thronenland heißt das Buch es gibt kein Papier mehr auf dem wir schreiben alles ist videoüberwacht oder medialüberwacht von einem Medium wovon wir die den Namen noch nicht nichtmals kennen heutzutage es wird hoffentlich noch ganz viele Blumen ganz viele Bienen ganz viele Reben geben es werden sich all die Weinbergslagen durchgesetzt haben die eben auf Dauer ihr Potenzial zeigen konnten es wird nach wie vor wenn nicht sogar noch mehr viele Menschen geben die das Individuelle an einem solch natürlichen und handwerklichen hergestellten Getränk wie der Wein es nun mal ist zu schätzen wissen gerade in dieser anonymen und globalen Welt also das finde ich ist ja heute schon sehr ausgeprägt und das wird es in 50 Jahren noch viel mehr sein und das finde ich ganz spannend es wird ob es in 50 Jahren noch so ist weiß ich nicht aber ich denke in 10 und 20 Jahren wird auch der Kontakt zu den Winzern auch nach wie vor hoffentlich eine sehr wichtige Rolle spielen weil auch für mich wenn ich in Österreich im Urlaub bin und ich besuche Freunde oder so freue ich mich ja auch total wenn die mir einen Einblick ins Weingut gewähren und nicht nur wenn ich dann anonym für E-Mail irgendwas bestellen kann also das das macht ganz viel aus und ich hoffe halt sehr dass es in 50 Jahren auch noch das ausmacht weil das ja auch wieder ein Schritt zu unserer Individualität ist und Wein und speziell Riesling und überhaupt Deutschland wird deutscher Wein wird auch in der Zukunft was ganz Individuelles sein und hoffentlich eben auch bleiben das würde ich mir sehr wünschen und ich glaube schon der Wein an Mosel-Sarruwa der ist durch so viel schlimme Zeiten gegangen da werden wir es auch noch die nächsten 50 oder 100 Jahre mindestens genauso gut hinbekommen also insofern bin ich da guter Hoffnung aber wir müssen halt auch was dafür tun dass es so bleibt sehr schöne Worte ich würde sagen wir probieren den letzten Wein den du vorbereitet hast was ganz Besonderes ja und zwar ist es so ich habe es ja eben schon erwähnt also wir haben ja einen sehr kühlen tiefen Keller und da ist der Vorteil halt eben auch dass wir eine Schatzkammer haben und aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit halten da natürlich die Korken auch besonders lange und jetzt haben wir im Glas ein 2004er Rausch Riesling Spätlese das Schöne ist wir bieten eben auch immer mal wieder gereifte Weine aus dieser Schatzkammer an das ist jetzt nicht so dass wir das alles selbst trinken oder dass wir zu blöd wären um das zu verkaufen sondern es ist so das hat mein Großvater früher schon immer gemacht der hat immer von einer Spätlese oder einer Auslese oder einem höheren Prädikat eine gewisse Menge manchmal bis zu 50% direkt nach dem Füllen in der Schatzkammer eingelagert und nur den anderen Anteil in den ersten paar Jahren verkauft weil er eben wusste und das ist nach wie vor so die Weine schmecken am Anfang ganz nett hoffe ich und dann kann das passieren dass sie in so einen kleinen Dornröschenschlaf fallen so nach sieben acht Jahren sind die vielleicht nicht mehr ganz so offen oder nicht ganz so brillant wie sie eigentlich sollen und dann wartet man halt drei vier fünf Jahre und dann öffnen die sich wieder und wenn die sich wieder öffnen dann bringen wir die bewusst wieder auf den Markt das bedeutet bei uns erhält man immer mindestens eingereiften Wein auf der normalen Liste und auch hier zum Probieren und das finde ich halt so spannend weil mit dem Alterungsprozess nehmen die Weine ja geschmacklich an Süße ein bisschen ab und die Mineralität kann noch mehr in den Vordergrund kommen und sie schmecken ja dann fast eher also sie schmecken nicht mehr so fruchtbetont süßlich in Anführungszeichen sondern schon fast eher Feinherb und dadurch sind die auch wieder tolle Speisebegleiter also sowas zu einem Rote-Bete-Carpaccio mit gerösteten Pinienkernen passt toll oder auch einfach jetzt hast du mich als veganen Menschen genau getroffen sehr gut mega und wir haben halt auch das älteste was wir unten in der Schatzkammer haben ist ein 49er davon haben wir halt leider nur noch ein paar Flaschen deshalb konnten wir den jetzt nicht probieren der ist ganz bernsteinfarben riecht wie ein Finosherry aber ist unwahrscheinlich frisch noch also wenn es jetzt draußen 35 Grad im Schatten sind ist das die perfekte Erfrischung weil der einfach so also diese Mineralität und da ist noch so viel Spannungsgerüst dabei das macht einfach total Freude also deswegen es kommt gar nicht so sehr drauf an wie viel Gramm Restzucker der jetzt gerade genau hat sondern dass es genau zu dem Moment passt und schmeckt und ich denke jeder unserer Weine hat passt zu dem jeweiligen Anlass also insofern macht das ja auch Spaß und dann herauszufinden welcher Wein jetzt gerade in der Schatzkammer liegt und wieder gut schmeckt das macht natürlich auch wieder Spaß das öfters mal zu probieren also es ist nicht so dass wir uns einmal im Monat in der Schatzkammer treffen das alles durchprobieren das nicht aber zu bestimmten Anlässen öffnet man dann mal pro Jahr mal ein paar Flaschen und guckt und dann wird das auch noch ordentlich eingetragen in ein Buch ganz handschriftlich wie der jetzt gerade steht ob der noch seinen Zenit schon überschritten hat ob der sein Bestes noch vor sich hat wie viele Jahre wir noch warten sollen und dann probieren wir den halt in ein paar Jahren nochmal und dann wird das meistens so bestätigt und das ist halt auch das Tolle an so einem Familienbetrieb weil ich ja dann auch auf den Erfahrungsschatz jetzt gerade speziell bei meinem Vater darauf zurückgreifen kann der kann das ja dann auch einschätzen mit den Weinen wo geht die Reise ungefähr hin oder der sorgt auch dafür dass ich dann nicht so schnell nervös werde wie jetzt zum Beispiel wenn es nicht regnet dann sagt er ja ist doch nicht schlimm war doch 2003 auch so hat doch auch geklappt und so also der bleibt dann immer ganz ruhig und das finde ich halt so toll und so kann sich jeder von unserer Familie aber auch von meinem festen Team immer gut einbringen und sorgt für gutes Gelenken also ich finde den Wein Hammer es ist unglaublich wie der nach 15 Jahren dieser Saarburger Rausch wie der noch dasteht die Säure das ist einfach unfassbar frisch noch der Wein hat wirklich das Rückgrat das er noch braucht hat überhaupt keine Alterserscheinungen eine tolle Honig Aromatik mit dabei und ja also das ist ein ganz großes Kino oder auch toll als Aperitif das manchmal also Champagner trinken wir ja auch gerne oder auch ein VDP-Sekt aber sowas ist ja auch ein ganz besonderer Wein dann eben mal zu einem Aperitif das kann schon schön passen oder auch zu einer Käseplatte geht auch ja und es ist halt so schön zu sehen wir müssen hier nicht warten wir müssen weil es gibt ja Weine da muss man zuerst mal 20 Jahre warten bis die sich öffnen aber hier die klassischen Weine von der Saat die kann man jetzt genießen und im besten Fall eben dann die nächsten Jahre noch so ist es ja zum Beispiel 2018 hatten wir die großartige Chance sieben Tage lang am Stück Einzelbären-Selektionen zu betreiben also meine Mannschaft hasst mich immer dafür wenn ich dann mit den zwei Lesegefäßen ankommen aber es ist ja nicht so dass ich denen das diktiere von oben herab sondern wir hatten dann zum Beispiel neun Personen im Weinberg die dann immer das abgeschnitten haben was schon eingeschrumpft war und wir haben aber dann eben auch hatten wir neun Frauen plus mich oben auf dem Traubenlässe Wagen stehen und wir haben dann eben das wirklich Einzelbären-Selektionen mäßig betrieben wie bei Aschenputtel und es ist eine unwahrscheinliche Arbeit man steht den ganzen Tag auf dem gleichen Fleck und hat immer nur diese 40 Zentimeter Seeabstand also das ist schon nicht so einfach und egal wie heiß oder kalt es dann morgens noch ist aber was wir dann da rausholen können das ist halt wirklich was Besonderes und dass so ein Wein eine 2018er Trockenbeeren auslese da konnten wir sogar zwei machen eine die wir ganz normal jetzt im Verkauf anbieten und eine die wir irgendwann mal in die Versteigerung bringen werden in ein paar Jahren und das ist so toll dass der Berg dazu in der Lage ist sowas herauszugeben dass die Natur uns damit beschenkt dass ich ein Team habe was das mit mir macht diesen Weg mit mir bestreitet weil hätte ich dieses tolle Team nicht dann das ist vielleicht so das Problem für uns in 50 Jahren dann gibt es vielleicht nur noch Vollernter man weiß es nicht vielleicht sind die dann auch ganz toll entwickelt ich will das ja nicht verteufeln aber solange wir das noch mit echten Menschen machen können bevorzuge ich das definitiv und dieser Wein diese Trockenbeeren auslese die wird mich mein ganzes Leben begleiten und das finde ich so schön dass ich die dann vielleicht alle 10 Jahre mal probieren kann und gucken kann wie sie gerade da steht wie sie sich entwickelt hat wir Menschen verändern uns aber die Weine auch und meistens ist das beides ein Vergnügen liebe Dorothee zum Abschluss noch eine Frage für dich und zwar stell dir vor du kannst mit einer Person also du gehst mit einer Person essen und darfst die eine Person aussuchen es ist ganz egal ob diese Person noch lebt oder ob die schon tot ist und es ist egal ob die Person aus der Weinbranche ist oder aus irgendeiner anderen Branche kann Schauspieler sein kann Schriftsteller sein oder einfach eine Person die dich inspiriert oder inspiriert hat welche Person wäre das also da fallen mir sehr viele ein aber ich glaube ich würde sehr gerne mit meiner Großmutter die ich ja dann nie kennenlernen durfte mit der wäre ich gerne essen gegangen weil die hat so viel durchgemacht und die hat so viel für unser Weingut bewirkt und hat den ganzen Laden sozusagen aufrechterhalten in den schwersten Zeiten und hatte ja auch Kinder und also später dann und hat das auch alles irgendwie hinbekommen und die hätte mir sicherlich noch ganz viele Weisheiten mit auf den Weg geben können die ich gebrauchen könnte also das wäre bestimmt was Tolles ansonsten sitze ich total gerne mit meiner Familie am Tisch da haben wir auch immer ganz viel zu bereden und das ist auch das Schöne an so einem Familienbetrieb dass dann eben alle auch noch wirklich gedanklich als auch körperlich arbeitend mittätig sind und mir viel helfen können und so kommen wir ja dann auch weiter also insofern ist das schon was Tolles mit meiner Großmutter das hätte mir schon gefallen ja ja liebe Dorothee vielen Dank für deine Zeit hier im Interview und vielen Dank dass es so kurzfristig geklappt hat vor allem hast du noch letzte Worte an die Zuhörer die du ihnen gerne mitgeben würdest verlasst euch auf euren Geschmack und trinkt das worauf ihr Lust habt das ist das Wichtigste sehr zum Wohl jawohl zum Wohl du hast gar nichts mit einem armen Kerl vielen Dank Dorothee sehr gerne vielen Dank dass du mir die Chance eingeräumt hast ich danke dir absolut ist eine Ehre für mich hier sein zu dürfen und ja liebe Zuhörer ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich einen guten Wein im Klaus ciao schön dass du dabei warst wenn dir dieser Podcast gefallen hat dann bewerte mich auf iTunes wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal